Herzlich willkommen hier bei diesem neuen Video auf meinem Kanal. Achtung Lichtarbeit! Ja, heute geht es um den Cosmic Tower. Hier mit dem Titel Cosmic Tower geköpft, denn ich habe ihn mal aufgemacht. Ich hatte ja schon ein Video mal gemacht dazu, zu diesen teuflischen Türmen. Und hatte dazu jemanden interviewt, der den gekauft hatte und auch überhaupt keine Wirkung dabei verspürt hatte. Ja, und ich wollte ja immer mal auch einen Klotz irgendwie bekommen, mal in die Hände kriegen, um den einfach mal aufzumachen. Denn da wird ja viel versprochen und für teuer Geld soll dieser Holzklotz beispielsweise Strahlung aufhalten, Elektrosmog, gar schwarzmagische Angriffe, dazu später mehr. Ja, und jetzt habe ich einen bekommen und zeige euch jetzt einfach mal, was da wirklich drin ist. Das hat mich ein paar Tage gekostet. Also ich habe es erst mit der Säge versucht. Da musste ich auch noch mit der Bohrmaschine ran. Natürlich habe ich nicht die ganze Zeit den malträtiert, ja, sondern immer mal so ein paar Minuten pro Tag. Und es war gar nicht so leicht. Ja, aber am Ende ist es mir dann doch gelungen. Ja, jetzt kommen ein paar, auch ein paar vorproduzierte Videoausschnitte, eben einfach von der ganzen Aktion. Ja, also, dann legen wir mal los. Ja, der Cosmic Tower ist also nun da. Mir von einer edlen Spenderin zugeschickt worden. Herzlichen Dank auch an der Stelle. Ja, und jetzt wollen wir mal sehen, was in dem Holzklotz innen drin steckt. Ja, also, nochmal auch an der Stelle hier. Danke an die Spenderin, die also auch sich so ein Ding hier gekauft hat. Und auch feststellen musste, dass der überhaupt nichts taugt. Keinerlei Wirkung gegen nichts, keine Strahlung, kein Schutz. Einfach nur ein teurer Holzklotz, den sie da bekommen hat. Ja, und zwar, ich habe jetzt hier einen CT75. Ihr seht hier also diese Preisliste. Die gehen also hier von CT15 bis CT250. Also teilweise hier sogar im fünfstelligen Bereich. Der teuerste kostet sage und schreibe 15.998 Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Der soll dann angeblich eine Reichweite haben von 1.000 Kilometer. Ja, der, den ich jetzt habe, hier ist der CT65. Der soll immerhin auch eine Reichweite von 1.000 Meter haben. Also meine komplette Nachbarschaft sozusagen abdecken und bei denen auch, die auch alles schützen vor WLAN-Strahlung, 5G-Strahlung, Elektrosmog und dergleichen. Ja, und der kostet 3.546 Euro. Ja, in den Videos nachher habe ich auch mal von 3.400 Euro gesprochen. Es sind also sogar 3.546, aber gut, das ist ja ungefähr jetzt dasselbe. Ja, und der wiegt auch ganz schön viel, 12 Kilo, um genau zu sein. Und ja, wenn man mal bedenkt, dass ich jetzt hier Ware bekommen habe im Wert von 3.500 Euro, ja, dann bin ich natürlich froh, dass die Spenderin dazu bereit war, ihn nicht einfach weiter zu verkaufen, sondern mir zur Verfügung zu stellen. Und ja, so können wir das jetzt hier mal der ganzen Öffentlichkeit zeigen, was da eigentlich genau drin steckt. Hier ist also nochmal gelb angestrichen der CT75, der mir jetzt hier zur Verfügung steht. Ja, hier kurz eine Übersicht, was die alles bewirken sollen angeblich. Energiefelder bis 1.000 Kilometer erzeugen, Stromanschluss ist nicht dran, also die sollen einfach so wirken, sollen angeblich beseelt sein, beseelte Wesen sein. Also nach Harald Thiers und der Firma G-Balance war das ja hier im Grunde Mord, ja, was ich hier begangen habe. Nein, natürlich sind die nicht beseelt, das ist einfach ein Stück Holz. Und was innen drin ist, sehen wir ja gleich noch. Ja, besteht aus Ahornholz, innen zwei Wasserflaschen und ein Bergkristall. Angeblich soll das Heilwasser sein, welches nie verkeimt mit Frequenzen aller drei Keimblätter, Mesoderm, Entoderm und Ectoderm. Ein Wasserbehälter ist rechts drehen und der andere links drehen, das erzeugt ein sogenanntes Torusfeld angeblich. Also hier wird viel versprochen. Das ist natürlich alles totaler Blödsinn. Der Bergkristall befindet sich in der Mitte des Nullpunktfeldes und gibt möglichst viele Lichtspektren des Heilwassers frei. Je stärker sich das Torusfeld aufbaut, desto mehr fängt der Kristall an zu leuchten. Ja, das ist also komplett unwahr. Da leuchtet gar nichts. Also ohne Lichteinstrahlung von außen dann ja, aber ansonsten nichts. Ja, das wird hier alles behauptet. Ja, sie sollen beseelt sein, hatte ich schon gesagt, von Lichtkräften aus höheren Dimensionen. Ja. Soll vor allen Arten Strahlung schützen, auch Radioaktive. Ja. Soll vor Anschlägen auf hochspirituelle Menschen schützen. Besserer Schlaf wird versprochen, Schutz vor schwarzmagischen Angriffen etc. Durch die Tower soll die Schöpferkraft des Menschen vertausendfacht werden. Wird hier auch versprochen. Ja, das Torusfeld des Cosmic Towers ist angeblich eines der wichtigsten felderzeugenden Muster der Natur. Es ist ein donutartiger, ringförbinger, ausbalancierter Energiewirbel, der den feinstofflichen Energiefluss zwischen den Polen harmonisiert und aufrechterhält. Also es klingt auch immer alles sehr wissenschaftlich. Harald Thiers, da ist er gut drin. Ja, aber es ist halt Marketing. Also er ist Geschäftsmann und weiß die Dinge auch an den Mann zu bringen. Oder an die Frau. Ja, Harald Thiers sagt, dass der Turm wie ein Geistheiler sei, der rund um die Uhr anwesend ist. Also man hätte quasi da 24 Stunden am Tag einen Geistheiler um sich. Er empfiehlt auch Kontakt zu dem Tower aufzunehmen. Da hatte ich ja auch schon einige Berichte auf meiner Homepage teuflischetürme.de. Da habe ich ein paar Screenshots aus der Telegram-Gruppe von Harald Thiers, wo dann auch manche den Dingern einfach einen Namen geben und sich mit ihnen unterhalten. Ja, wenn der Tower den Besitzer wechselt, soll man ein Foto einsenden, damit ein Reset durchgeführt wird, damit der neue Besitzer ein jungfräuliches Gerät hat. Ja, das haben wir hier natürlich nicht durchgeführt, weil es dann natürlich sowieso Quatsch ist, sowas. Gut, hier ist ein eingespieltes Video. Ja, hier ist also jetzt nun das schlechte Stück, der Cosmic Tower CT75, also 75 cm hoch. Ihr seht hier, also stolze 3.400 Euro rund Verkaufspreis von der Firma G-Balance. Das ist unglaublich für einen Materialwert von, ich schätze mal, so rund 150 Euro Maximum. Ja, und heute wollen wir mal schauen, was da drin ist. Leicht ist er jedenfalls nicht. Also so 10 Kilo wird er schon haben. Hier auch mit dem Wolf als Symbol. Naja, ich sage nur Wolf im Schafspelz. Naja, das hier soll angeblich auch selbst leuchtend, dieses Glas hier. Stimmt auch nicht. Also nur wenn da Licht einfällt, dann leuchtet das wohl. Aber sonst nicht. Na gut, heute wollen wir mal schauen, was da genau dran ist. Oh man, also eine Seite konnte ich jetzt schon mal hier aufschneiden. Ein bisschen mit Gewalt. Was ist das denn? Ist das einer der Wasserbehälter? Okay, ich muss mal gucken, wie ich das Teil jetzt hier noch besser aufbekomme. Ja, das ist in der Tat einer dieser Wasserbehälter. Einer ist oben, einer ist unten. Ich bin jetzt nicht gerade schonend mit dem umgegangen. Teilweise muss ich da ein bisschen Gewalt anwenden, um den aufzukriegen. Und rein mit Sägen war es auch nicht getan. Oder das hätte viel zu lange gedauert. Deswegen musste dann auch nochmal die Bohrmaschine ran. Teilweise muss ich da ein bisschen Gewalt anwenden, um den aufzukriegen. Okay Leute, jetzt mache ich hier mal diesen Wasserbehälter, auf der da dran ist. Angeblich soll das hier irgendwie das Heilwasser sein. Ganz normales Leitungswasser. Hier unten, die Unterseite. Ja, und dasselbe ist hier unten auch nochmal drin. Das ist einfach nochmal so ein zweiter Wasserbehälter. Und in der Mitte ist halt dieser Kristall. Ja, dann war er also endlich auf. Also dieser Bergkristall, hier nochmal zu sehen, der war da mit so Klebstoff befestigt. Überhaupt war da ganz viel Klebstoff auch innen drin. Also dieser Leim halt. Naja gut, auf jeden Fall, der wiegt 100 Gramm. Und dann kann man sich ja natürlich auch mal so den Materialwert ausrechnen. Also hier habe ich mal in irgendeinem Online-Shop geguckt, was kosten denn so Bergkristalle. Hier habe ich einen gefunden, der kostet das Stück 15,90 Euro. Wobei das Gewicht ist hier angegeben mit ca. 82 bis 100 Gramm. Also selbst wenn man jetzt hier mal 20 Euro rechnet, dann waren da noch diese zwei Wasserbehälter. Ja, was kostet da? Also 2, 3 Euro pro Stück. Seien wir großzügig auch mal 10 Euro für beide. Dann wären wir jetzt bei 30 Euro. Ja, das Ahornholz, da hatte ich ja in meinem ersten Video schon mal an eine Tischlerei eine Anfrage geschickt. Allerdings bezogen auf den CT35 und habe mal gefragt, was das kosten würde, das Holz und die Arbeitskraft, da so einen Turm draus zu machen. Die hatten mir dann drückgeschrieben, das waren irgendwie knapp 40 Euro, also Holz plus Arbeitszeit. Jetzt haben wir hier natürlich den CT75, also wenn wir das mal verdoppeln, also 80 Euro. So, was hatte ich jetzt gesagt? Also 80 Euro Holz mit Arbeitszeit von dem Tischler, dann 20 Euro der Kristall. Da sind wir bei 100 Euro und dann noch 10 Euro die Wasserflaschen. Also 110 Euro ist jetzt so ungefähr geschätzt mal hier der Materialwert des Ganzen. Und Verkaufspreis 3.500 Euro. 3.546 waren es, glaube ich. Ja, und es gibt halt leider wirklich viele, die kaufen sich tatsächlich so einen Tower und versprechen sich was davon, irgendeine Wirkung, eine spirituelle Wirkung. Ja, der Wolf als Symbol da auch noch in der Nacht, der da wohl irgendwie gerade, das sieht man jetzt hier nicht irgendwie den Mond anwählt oder so, das könnte ich mir vorstellen. Also auch völlig okkult das Ganze. Also man holt sich hier wirklich nichts Gutes ins Haus. Also dass das Ganze überteuert ist, ist ja die eine Sache. Aber die andere Sache ist eben auch, dass dieses esoterische Weltbild von Harald Thiers dann auch durchschlägt und man sich in den Okkultismus hineinbegibt, wenn man jetzt auf sowas hier vertraut. Wenn man nicht auf den lebendigen Gott vertraut, nicht auf Jesus Christus, sondern auf so einen angeblich beseelten Holzklotz und sein Vertrauen so weglenkt von dem Herrn Jesus auf angeblich so ein beseeltes Wesen. Auf meiner Seite teuflische-Türme.de, da berichten noch einige, dass sie so schnell wie möglich dieses Ding wieder verkaufen wollen. Einer berichtet sogar, dass er krank geworden ist, seit er den Tower hat. Und ja, viele wollen ihn auch abstoßen, auch auf Ebay. Kleinanzeigen findet man immer wieder Menschen, die einfach das auch gemerkt haben, das Ding bringt gar nichts, das wirkt auch nicht. Das hat ja noch nicht mal einen Stromanschluss und eine spirituelle Wirkung. Ja, wenn überhaupt, dann kann man vielleicht von einer okkulten Wirkung ausgehen. Ja, also das ist natürlich möglich bei dem Ganzen. Ja, und mir tut das halt sehr leid, weil viele halt auch, ja, da einfach viel Geld ausgeben. Vielleicht in finanzielle Schwierigkeiten kommen dadurch. Vielleicht sogar sich verschulden und ihre Hoffnung setzen auf so etwas hier. Und ja, na gut, es gibt immer einen Ausweg Jesus Christus. Und wer Heilung möchte, wer spirituelle Erkenntnisse haben möchte, der empfehle ich, kann zu Jesus kommen, kann mal im Wort Gottes lesen. Da entdeckt man die wahren spirituellen Geheimnisse. Ich drücke das jetzt mal so in Anführungsstrichen aus. Jedenfalls da kann man die Wahrheit erfahren. Also zum Beispiel auch, dass der Satan und seine Diener sich als Engel des Lichts ausgeben. Ja, warum nicht auch so einen Cosmic Tower benutzen für ihre Zwecke. Ja, und auf den ersten Blick klingt das alles sehr gut, klingt das alles super spirituell. Ja, dieses Torusfeld und das linksdrehende Wasser und das rechtsdrehende und die Energie, die da angeblich dann zustande kommt. Und dass der, was weiß ich, wie viele tausend Meter Reichweite hat. Und ja, das beeindruckt manche. Harald Thiersks erklärt das auch so wie selbstverständlich. Macht viele technische Begriffe mit rein. Ja, und davon lassen sich halt auch viele blenden und kaufen sich dann einfach so einen Klotz. Ja, davon möchte ich sehr abraten. Ja, okay, gut, das war es also tatsächlich auch schon. Ich hoffe sehr, dass Leute rechtzeitig dieses Video sehen, bevor sie sich so einen Tower zulegen. Also das Geld kann man sich wirklich sparen. Besser ist das Geld investiert, wenn man sich mal eine vernünftige Bibel kauft. Wenn man überhaupt anfängt, einfach mal Jesus in sein Leben aufzunehmen, wenn man Jesus Christus als Herrn in sein Leben aufnimmt, wenn man vom suchenden Menschen zum Finder wird. Denn viele, die sich solche Tower auch zulegen, sind ja oft suchende Menschen, die einfach spirituell interessiert sind und ja, da einfach auch die Wahrheit suchen oder spirituell aufsteigen wollen in eine höhere Dimension. Und angeblich kommt ja dieser Tower, also diese beseelten Wesen aus höheren Dimensionen, die dann darin wirken sollen. Und nun, ja, das habe ich ja auch alles hinter mir in meiner eigenen Lichtarbeitzeit. Inzwischen bin ich gläubiger Christ, glaube an Jesus Christus und weiß, dass mein Heil bei ihm allein liegt, bei Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und es führt keinen Weg zum Vater als nur durch ihn, durch Jesus. Und darum geht es ja auch hier überhaupt generell in diesem Kanal, um Menschen aus der Esoterik, Lichtarbeit, dieser ganzen New Age Spiritualität, ja, meine Erfahrungen weiterzugeben und in der Hoffnung, dass sie auch ganze Sache mit Jesus machen. Denn dann ist man, dann wird man zum Finder, dann beantworten sich diese ganzen entscheidenden Fragen, die man vorher hatte. Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Was ist meine Aufgabe hier? Was passiert hier eigentlich hinter den Kulissen? Was geht da genau ab? Das alles erfahren wir im Wort Gottes. Ja, okay, dann soll es damit jetzt auch für heute erst mal gewesen sein. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche allen auch gottesreichen Segen und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann vielleicht auch beim nächsten Video hier wiedersehen. Also, dann macht es gut. Gottesreichen Segen wünsche ich allen. Ciao. . Vielen Dank.